Nein! Ach Mann! Hallo Minecraft! Wir starten mal wieder mit einem PvP-Game. Wie immer auf dem Re-W-Inside-Server. Ja und wir probieren unser Glück. Also ich habe es gerade schon zweimal ins Deathmatch geschafft. Allerdings war dann da Ende. Ich habe keine Ahnung was hier unten abgeht. Kanalisation. Ich hoffe mal, dass hier ein paar Kisten versteckt sind. Ja, da ist noch eine. Noch so ein Tracker. Nehmen wir mal mit. Nicht, dass ihn jemand anderes kriegt. Naja, viel Schutz bringt jetzt die Lederrüstung nicht. Aber ein bisschen was. Wir rüsten uns hier jetzt mal langsamer aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da wieder hochkommen. Ja, es scheint so, als würden wir da, wo wir runtergekommen sind, auch wieder hoch müssen. Ah, bewegt dich doch schneller. Ja, toll, bin ich im nächsten Kanal gelandet. Aber da hat es auch noch Dinge, die versteckt sind. Ach so. Gucken wir mal, ob wir da noch was finden. Und wenn nicht, gehen wir einfach in die Mitte und warten mal, bis es vorwärts geht. Weil jetzt sind wir schon wieder im Deathmatch. Gleich. Ja, ist natürlich auch eine Variante, aber die ist natürlich weniger toll. So will ich eigentlich nie ins Deathmatch kommen. Ah. Ach, da kann ich ja gar nicht hoch. Na, toll. Ah, doch, jetzt bin ich oben. Ähm. Das hauen wir mal weg. Und das auch. So, ja, dann, äh, gehen wir halt mal ins Deathmatch. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, hier wird alles leer sein. Okay. Ich geh einfach mal nach rechts. Ja, keine Chance. Wie immer. Ja, und, äh, nächste Map. Neues Glück. Wir werden uns ganz schnell hinten links rausschleichen. Oder gehen wir? Komm, wir gehen drauf. Da ist einer hinter mir. Ne, im Moment nicht. Ne, im Moment nicht. Ne, im Moment nicht. ja das kann für mich vorteilhaft sein nein ach man so und what the fuck nächste map was ist das für eine map das war aber nicht die die wir ausgewählt hatten eigentlich wir hatten nämlich ausgewählt highway glaube ich oder ja kurzes vergnügen gleich noch mal eins also es kann ja wohl nicht angehen ich verregte immer so schnell das gibt es nicht also ich werde nachher mal gucken ach nee sehe ich ja jetzt leider nicht mehr ich meinte wir hatten highway ausgewählt ah man gibt es ja nicht ich erinnere mich auf der map vor zwei drei spiel dass hier eine kiste war da ist noch eine da ist eine kiste die können wir uns mal was ist denn hier los so kenne ich das ja gar nicht na wenn hier eine party steigt dann spiele ich doch mal mit man dieser auto der 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 art hydro der war die ganze zeit der spielt schon seit einer stunde oder so und er war immer auf dem selben ding wie ich habe ich so das gefühl komm gehe einer raus ja so und weiter geht es oh nee hier hatte ich vorhin mega lags als ich reingehen wollte beziehungsweise war schon drin und dann hatte ich schon ressourcen eigentlich eingesteckt und dann hieß es plötzlich ätje bätsch nix war und gibt mir irgendwas cooles lauf lauf ja jawoll nein ey team sind verboten fuck die henne alter gibt es ja nicht mann war das hier team oder normal teams verboten nee da war ich da habe ich gespielt mann einmal noch so wir spielen noch mal highway und team einfach weit grad war noch aber die dings da da was machen wir ich glaube wir hauen ab oder ja wir hauen ab kisten wo versteckt ihr euch da gibt es ja keine doch da gibt es eine oh das sind sogar zwei sehr schön das kann ja wohl nicht sein wo kam denn der so plötzlich her ach man na so können wir nicht abtreten so und jetzt äh wohl das letzte mal für heute eine eine ein ein spiel survival games ich wollte eigentlich gar nicht da lang so ab nach oben da sind nochmal immer kisten versteckt mal ein bisschen Loch ähm hä ich will nämlich da weiter ich habe zwar keine ahnung was hier ist oh guck mal eine kistchen es geht noch weiter nach oben und noch ein kistchen sehr schön sehr schön äh und was machen wir jetzt hier wieder runter gehen toll äh äh wie komme ich denn hier jetzt bitte wieder raus ach man ach man okay interessant vielleicht kann ich mich da anschleichen ich habe halt nur ein holzschwert joh 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 tot tja was soll's also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao minecraft nach ho